Da drüben, der junge Herr. Ja, also ich hab mal ne Frage, haben Sie auch Kinder? Ja, natürlich. Aber gleich sagen wir nicht zusammen. Wir beide haben keine Kinder zusammen. Ich habe erwachsene, ich hab drei erwachsene Kinder, die aus dem Haus sind. Und von daher, auch wenn, meine Kinder wissen, was wir für ein Liebesleben haben. Und von daher, ich meine, wenn du mal so alt bist, wie wir sind, denk ich mal... Dann mach ich sowas auf jeden Fall nicht. Moment mal, du wirst dir wahrscheinlich auch nicht vorschreiben lassen, wie du mal dein Liebesleben gestaltest. Ja, aber haben Ihre Kinder Sie schon mal drauf angesprochen? Natürlich, meine Kinder wissen, was wir machen. Ganz ehrlich, wenn Sie meine Mutter wären, ich hätte mich geschämt. Warum?